Liebe Freunde, liebe Zuschauer, liebe Mitbeter bei Deutschland betet den Rosenkranz. Heute möchte ich mit Ihnen ein Thema überlegen und bedenken. Wie beten wir, wenn unser Lebensschiffchen in Gefahr ist, wenn unser Lebensschiff zu sinken droht? Das Gebet in Bedrohung und Gefahr. Schauen wir auf die Apostel vor Ostern. Da sehen wir sie in der Situation, sechsmal wird es in vier Evangelien berichtet, nämlich die Fische auf dem See, die Apostel im Boot auf dem See. Und sie geraten in diesen furchtbaren Sturm und das Schiff droht zu sinken. Diese Situation ist Ihnen bekannt, denn Sie kennen den See Genezareth. Es gibt dort die Fallwinde vom Golan, die innerhalb von Sekunden das ruhige Wasser in haushohe Wellen und in ein Inferno verwandeln können. Sie kennen diese Gefahr und sie sind Ihnen sicherlich schon häufiger ausgesetzt gewesen. Also sechsmal in vier Evangelien. Das hat eine Lektion für uns. Wie beten die Apostel da? Eigentlich beten sie gar nicht. Sie schreien vor Angst, wird dort berichtet. Einmal liegt Jesus auf dem Kissen und schläft. Sie schreien ihn an. Jesus kümmert es sich nicht, dass wir zugrunde gehen. Sie meinen also Gott wachrufen zu müssen mit ihrem Gebet. Sie schreien. Als sie dann Jesus sehen in den Wellen und dem Sturm, da glauben sie, sie sehen eine Fata Morgana. Jesus tritt zu ihnen ins Boot und tadelt sie wegen ihres Kleinglaubens. Wie kann Jesus das tun? Dürfen die Jünger in einer lebensbedrohlichen Situation keine Angst haben? Doch. Jesus tadelt sie nicht, weil sie Angst haben, sondern weil sie der Angst erlauben, die Herrschaft über sie zu übernehmen. Die Angst droht, ihr Leben zu regieren. Jesus hatte ihnen mehrmals schon angedeutet, dass er mit ihnen nach Jerusalem gehen wird und dass er dort gekreuzigt werden wird und auferstehen wird. Er hatte ihnen auch gesagt, dass die Mission bis an die Enden der Erde gehen wird. Und in der Situation der Lebensbedrohung ist alles plötzlich in Frage gestellt. Als wären die Prophetien nie gegeben. Sie sind ganz bei sich, ihre Bedrohungssituation, ihre Angst, ihre Sorgen. Sie sind sorgenzentriert und angstzentriert und so schreien sie. Jesus will also, dass sie sich von der Angst lösen und dass sie auf ihn schauen, der die Kraft hat, Wunder zu wirken. Denn wenn er will, dass wir sie an die Enden der Erde gehen, dann wird er auch dafür sorgen. Sie aber haben Angst, dass alles das jetzt nicht mehr gilt und ihr Leben ist in Gefahr und das ist das Bedrängendste. Jesus tadelt ihren Kleinglauben. Es ist sie ja immerhin noch vor Ostern, vor Pfingsten, die Jünger sind, in der Jüngerschaftsschule erste Etappe. Sie reagieren also sehr menschlich und sie müssen lernen, sich zu lösen von ihrer äußeren Angst, auf Gott zu schauen, Christus-zentriert beten und nicht sorgenzentriert zu beten. Schauen wir dann auf Paulus. In der Apostelgeschichte wird berichtet, dass er von Caesarea Maritima, dieser römischen Hafenstadt in Israel, auf ein Schiff gebracht wird, um von dort aus dann nach Rom gebracht zu werden. Ein Engel hatte ihm im Gefängnis schon gesagt, du wirst Zeugnis ablegen vor dem Kaiser in Rom. Sie segeln also los, es ist Winterzeit, sie geraten in diesen heftigen Sturm. Selbst die Matrosen, die sich sehr auskennen mit Wind und Wellen, sind völlig irritiert und sie werfen alles über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Sie lösen sogar die Beibote, die ganze Ladung des Schiffes und die ersten drohen schon über Bord zu springen, weil sie diese Angst einfach nicht mehr aushalten. Und in der Nacht erhält Paulus wiederum diese Prophetie vom Engel, du wirst in Rom Zeugnis vor dem Kaiser ablegen, also das zweite Mal. Dann tritt er also am Morgen vor die Matrosen, die völlig außer sind vor Angst und die übrige Übersatzung, 120 Mann wird beschrieben. Er tritt also vor sie und sagt, das Schiff wird untergehen, aber habt keine Angst, niemandem von euch wird etwas geschehen, wir werden alle an Land kommen. Weil er ja innerlich vom Geist, vom Engel Gottes weiß, er wird vor dem Kaiser in Rom Zeugnis ablegen. Er weiß, dass ihm nichts schaden kann. Sein Glaube ist ganz auf Christus ausgerichtet und er traut Gott zu, dass er Wunder tun kann. Und so finden sie alle irgendeine Planke, einen Weizensack, irgendetwas Schwimmbares und sie kommen alle an Land. Und diese Begebenheit möchte ich einfach als die typische Gebetshaltung eines von Pfingsten betroffenen und erfüllten Menschen sagen. Die geisterfüllten Menschen schauen zuerst auf Gott, schauen darauf, dass er eine Perspektive vermittelt, dass er einen Plan hat mit allem, was er tut. Das ist Maria unter dem Kreuz auch. In dieser Haltung, ich verstehe nichts, aber ich glaube dir, Gott, dass du weißt, was du tust. Dieser Gedanke hält sie aufrecht und mehr noch, sie hat die Kraft, zu den Jüngern in den Abendmahlssaal zu gehen. Die von Pfingsten durchdrungenen Apostel können ausgepeitscht werden und so wird berichtet, sie kommen zu den anderen und freuen sich, dass sie von Gott für würdig erachtet worden sind, für ihn zu leiden. So gehen sie also leidenerprobt mit blutigen Rücken, voller Freude zu den anderen und jetzt erst recht für Jesus. Jetzt erst recht für dich, für dich, für dich, Herr. Und das ist die Haltung des Paulus auch auf diesem Schiff auf dem Mittelmeer. Er läuft nicht fort, er bleibt der Gefangene, er verändert nichts an der äußeren Situation, denn er weiß, Gott hat alles im Griff, Gott wird es führen. Selbst den Untergang des Schiffes überleben alle, so wie er es ihnen sagen kann. Also das Gebet eines vom Heiligen Geist durchdrungenen, Pfingsten erfahrenen Menschen ist das Gebet, das uns die Kraft gibt und auch die Souveränität in allen Leidenssituationen des Lebens. Dazu sehe ich nun und hüte euch jetzt, der Allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Musik 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 Musik